Was? LOL Was war schon? LOL Ey, ich fall vom Warbite runter und die ist nix Ja, ich auch LOL LOL Wie lange? WOW Was? Fuck Halleechen Wuchatos und Seid alle herzlich willkommen in einer weiteren Runde GTA 5 Custom Map brennen Heute mal mit einem Magic Loop Sprite zusammen mit Deko und dem lieben Kefi Grüß dich Aloha Und Aloha ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Gemetzel Ich hab richtig Bock drauf, wir haben wirklich viele, viele geile Maps am Start Und dem Dank gehört der Mabotterin, der sucht die raus und wenn ihr die selber alles spielen wollt Dann müsst ihr in der Beschreibung schauen, denn dort findet ihr den Link zu dem Kanal des Losors Und die haben bei der Folge von heute natürlich dann auch die Download Links der Map, damit ihr die selber spielen könnt Jawoll, und nochmal Wasser Alles am Start Das Geile bei dieser Map ist, dass sie nen War Ride hat, beziehungsweise Ohhhh Nen War Ride in verschiedenen Farben, richtig Kulti Multi Künstler Münstler unterwegs Multi Multi oder Multi Kulti? Multi Multi Aыш Niko 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 Alter, hingen geblieben hier Alter, dieser Fight man Dead Fight Richtige Gag Alter, hier wird alles zerstört! Ich glaube, ich habe gar keine Reifen mehr! Nein, ich glaube nicht. Nein, ihr habt mich am Wegpunkt vorbeifahren lassen! Shit! Oh, komm! Nice, Diko, bitch! Ich habe echt keine Reifen mehr gehabt, ich konnte nicht mehr lenken. Ja, war mir auch so, ich konnte auch nicht mehr in den Wegpunkt lenken. Alter, ich bin so weit nach hinten gesetzt. Ihr miesen Holzköpfe! Oh, ich habe nur einen Reifen verloren, deswegen gehts noch. Ich habe nur verdient, ich weiß nur nicht, wer angefangen hat die Schießerei. Ja, Marvin! Ey, Marvin! Oh, Johnny! Marvin hat heute den Troll ausgepackt! Oh, da ist es! Hat das ein Looping? Oh, nö, kein Looping! Yes! Diko, der kleine Fucker, ne? Es ist... What?! Ach so, das ist eine automatische Spirale! Wir dürfen nichts bewegen! Nein! Nein! Ich schaffte und wurde ab respawned, ey! Ich bin nicht ein Trottel! Was ist das denn? Hauptsache, das ist wirklich ein Magic! Wir sind im... Ich habe es geschafft! Wow! Durch die Brücke durchgeglitscht! What the Fuck! Ach nö! Haha, wie geil! Schafft er doch nicht zu sein! Das ist ja richtig nice! Was? Also, ich habe nicht... Alter, man fliegt echt durch die Brücke durch! Ja, deswegen ja! Leute! Das ist ja... Richtig Hammer! Geiles Ding! Das muss man auch ewig rum probieren oder sowas zu finden, Alter! Ja! Vor allem der Name ist so... Der sagt einem so wenig, ne? Magic, Looping, Spirale! What the Fuck, ey! Hammer! Richtig geil! Richtig gut, Alter! Power! Power, Digga! Ja, Mann, ja! Power, Digga! Power, Digga! Mittlerweile muss ich sagen, gefällt mir das Radio von GTA immer mehr! Ich habe jetzt eingestellt, dass ich Lieder in meinem Selfradio auch vorspulen kann und so! Oh! Technik! Technik, nick, 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 nick! Wen haben wir denn da? Wow! Alter! What the Fuck! Holy! Du hast... Alter, wieso wurde ich so ein Home geboostelt? Ey, ich weiß es auch nicht! Du warst nie wang gewordene Rampe! Jetzt ist meine Rampe! Oh, okay! Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil... Die Rampe, beziehungsweise dieses Konstrukt kann man sehr, sehr schnell schaffen, da wird man nicht lang verkacken. Also, Deko, können wir nicht da rum? Dreckiger Kev, Alter! Um garne ihn! Ey, du bist so ein... Dreckiger... Luftpümmelspritzer, Alter! Luftpümmelspritzer? Was? Zum Hangar ist ein... Luftpümmelspritzer? Ich habe nicht die geringste Ahnung! Aber es ist auf jeden Fall da, ne? Es existiert! Und du bist es! Was? Oh, sie müssen... Nein! Als ob ich dich vorbeilasse! Überschlagerung! Ich mach das mit Kaputten! Ich mach das mit Kaputten! Meine Reifen sind schon kaputt! Ich habe sie auch noch erschossen, aber... Aber mit Kaputten, also ich habe nicht geschafft mit Kaputten Reifen! Nein! Ich dachte, da kann man durchfahren, aber das ist ein Container! Oh! Und wer hat es? Yes! Oh nein! Hat es wirklich! Juhu! Unverdient! Richtig verdient! Richtig unverdient! Nein! So! In die Rampen! In die Brücke! Und wieder raus! Da sind wir! Also ziemlich coole Map! Das ist echt Cello! Finde ich geil! Durch die Brücke durchwaggen! Aber ich sehe da ist jemand mir auf den Fersen! Klärchen! Das Problem ist ja, als erster ist noch nicht der schnellste! Weil die anderen haben ja aufholen! Ich sehe das hier! Ich könnte Kev aufhalten, Deko! Für dich! Du kannst mich noch nicht aufhalten! Das ist das Ziel! Ich könnte reinfahren! Was? Echt? Ja! Kann man aufhalten! Das ist richtig gut! Dann halte ich Deko auf! Nein! Achso! Shit! Mach ich das eigentlich! Ach! Schade! Schade! Du kannst nur dich selbst aufhalten! Schaff das mal! Das war aber auch hier ein knappes Ding! Alle haben diesen automatischen Kack hintereinander weggeschafft! Und dann war einfach der Vorsprung da, den man davor schon hatte! Geile Map, Alter! Wir sehen uns gleich in einer Sekunde bei der zweiten! Jawohl! So ihr Lieben! Zweite Map am Start! Und zwar Higher Than You! Das ist eine unglaubliche Map! Weil die ist wirklich ziemlich hoch in der Luft! Und wie hoch? Das werdet ihr gleich sehen! Das ist... Ich hab Höhenangst! Mind Blowing! Ich hab auch Höhenangst! Ich hab auch Höhenangst! Ich hab Höhenangst! Wee! Ne! Ich bin schwindelfrei! Und wir haben allerdings mal den Edda genommen! Weil damals der schnellste Rack am Zentorn und dann der T20! Und nö! Kein Looping! In meiner Garage! Aber nicht voll getunt! Nur ein bisschen! Und! Vollgas! Lol! Ja so schaffen wir es alle Jungs! So schafft keiner! So schaffen wir es alle! Ich wusste es aber so! Ich hab's so geahnt einfach, dass alle dann direkt anfangen da rumzudringen! Lol! Ein Turtleslide! Alter Turtleslide ist bei mir verkackt! Lol! WTF? Ich bin rückwärts! Nein! Ich hab's geschafft! Ey! Ich bin rückwärts gefahren! Holy crap! Ein Turtleslide das hab ich ja noch nie gesehen! Nein! Ich fahr immer rechts und links beim Turtleslide! Yo! Monster War Ride! Alter! Alter! Ober... Shit! Ich fahr jetzt auch runter! Oberaffen! Hypergeil! Und? Ganz von vorne anfangen! Ganz von vorne! Wow! Was?! Ganz! Von! Verdammt! Vorne! Oh! Shave mir die Nisse! Shave mir die Nisse, Alter! Ja ich hab es! Ich hab ihn! Ey! Ich bin am Ende gegen die Kante geknallt! Das ist so mies! Ich auch! Aber ich hab's noch geschafft! Oh! Ich hab's auch geschafft! Lol! Ich flieg über den War Ride drüber! Was? Dirkus hinter mir? Dirkus echt hinter mir! Sky War Ride Deluxe! Nein! Alter! Ich will da nicht drauf! Ich finde solche Maps sind immer das geilste, oder? Ich bin auf... Ich muss nur auf Hochosten landen! Ey! Was ist da los? Nach dem Turtleslide glitscht meiner zur Seite! Also ich bin immer noch am Anfang, ne? Beim ersten Mal bin ich rückwärts das Ding runtergefahren! Ey! Was ist da los? Aber ne richtig geile Map! Mann! Zock dir mit euren Kollegen! Mann! Das ist ein richtiger Brainfuck! Die ist richtig sexy! Ich find's auch Hammer! Wenn das alles in der Luft ist! Ja! Und das ist nicht nur die Rampe! Guck mal! Ein Turtleslide haben wir dabei! Wir haben Looping dabei! Wir haben Raw Ride dabei! Wir haben Rampe dabei! Wir haben Arrish dabei! Haben wir's? Yes! Endlich! Wie schwerfällig dieser Edda ist, ne? Also das merkt man mal! Aber die mussten ja jedes Mal etwas verbessern, ne? Junge! Skyfall! So ein mieser... Aber ich finde dafür fliegt der sehr sehr weit! Ja! Ich finde der hat auch ein geiles Flugverhalten! Mhm! Da ist er richtig gut drin! Alter! Die Splattert vom Feinds! Ich bin ganz hinten! Also wollen wir für alle wagen noch so ne... so ne... so ne neue... neue Leiste! So eine zusätzliche Leiste... Ja Edda ist der Adler! Der fliegt! Ja! Aber es gibt wahrscheinlich noch eine Runde, oder? Ne... Ja, wir würden dann wieder hochkommen! Ja, das ist es ja! Das wäre so geil, Alter! Noch ne zweite! Ich würde es feiern! Das wäre schon ganz geil! Müsste man mal irgendwie so nen Bug erfinden oder irgendwas, wo dann wieder so hochkommt oder das... Alter! Das war... Oder man müsste dann so ne Web enden lassen am Flughafen... oder am Militärbase und dann mit Jets hochlegen! What the fuck! Die ganzen Leute hier! Was ist verkehrt mit denen? Ey, das wäre auch echt ne coole Idee! Einfach mal in so ne Custom Map dann so ne Switch... Am Militärfunkaufen auf die Jets umzusteigen! Das wäre Hammer, ne? Das wäre ne... Oh! Nein! Voll verkackt! Bitte? Das müsste doch eigentlich auch gehen! Ja klar! Haben wir auch schon gemacht, dass wir dann zwischendurch auf Jets umgestiegen sind! Also ich glaube nur wenn man geht ja eigentlich nicht natürlich! Weil wenn man die hingesetzt hat dann geht das doch! Also ihr habt so nen heftigen Vorsprung nicht mehr! Nein! Digga man! Ja du bist so ein dreckiger Bastard alter! Ganz im Ernst! Oh! Komm ich noch ins Ziel oder ist es weit weg? Ne du bist jetzt bei uns wieder! Loll! Was habt ihr denn da gemacht? Ja du musst eben... Der Boss hat mir die Reifen zerschossen! Oh Dicke! Warum? Yo! Nice! Das muss aber... Ich hoffe es reicht nicht! Ich werde noch mal ein bisschen Anschwung nehmen! Oh das reicht ja auf keinsten! Ist der Adda vielleicht zu langsam? Das wäre das Ding! Der Deko gibt's mir Windschatten oder soll ich die erstmal? Auf keinen Fall! Das hätte ich beim ersten Mal geschafft! Alter ich kam noch an mit Anschwung! Nein! Und da hast du die Reifen zerschossen! Und... Adda fliegt! Komm schon! Ich glaub ich hab's! Nein! Das war wirklich close! Oh bei mir auch! Alter aber ohne... Man braucht keinen zu sitzen Anschwung! Doch ich schon! Nein! Ich hör mir nochmal Speed! Du darfst noch keine Menschen treffen! Den close doch! Dem ersten! Ja! Boom! Alter aber so klein! Das ist so knapp! Ich hab mit der Motorhaube das Ding grad so berührt! Echt krass! Alter Schwede! Komm schon! Deko hat so schön! Und voll los! Nein! Alter! Okay ich versuch nochmal... Jetzt wird's ärgerlich! Komm! Komm! Nein! Da sind Menschen im Weg! Die Menschen bremsen echt nicht immer mal ab! Man darf die Bremsen einfach nicht berühren! Alter! Farf nicht aus war zu hoch bezogen! Ja deswegen das wollte ich gar nicht! Wo? Manchain verzieht euch! Hättest es geschafft! Ich bin daneben geplatscht! Manchain zur Seite! Ach nein! Die... Die Weite war gut! Und? Jo! Ich glaub ich hab's! Oder? Shit! Nein! Ich bin daneben gelandet! Ja ich auch! Es bleibt spannend! Es bleibt sehr spannend! Alter! Oh Gott! Wer hätte das gedacht! Ich nicht! Menschen! Oh! Oh Marvin so hart verkackt! Oh! Und Kev zieht vorbei! Ich wollte... So asozial wollte ich ihn auch nicht sein! Oh! Ich glaub ich... Schaff es nicht! Alter! Ich war kurz am überlegen ob ich ihn in die Luft sprengen und dachte ich... Ich bin bis an der Straße von... Ganz hinten war ich! Ganz hinten? Alter! Alter! Tschüss! Sag Bescheid wenn du fährst! Lass es vorbei! Ok! Nächster Try! Die ganzen Menschen einfach! Ja man darf kein einzigen treffen glaub ich! Ja den musste ich auch ausweichen! So! Und jetzt? Oh! Komm schon! Nein! Obwohl! Was machst du denn? Ja ich bin an der Seite lang gefahren! Ja warum? Ja! Den hab ich ansichtlich gemacht! Du musst natürlich die scheiß Rampe treffen! Das ist doch jetzt nicht so schwer! Komm schon! Kev scheint drin zu sein! Boah das sieht gut aus! Ich bin drin! Oder? Yes! Ok! Ja 30 Sekunden Marvin du hast noch einen Try! Einen Try habe ich! Wenn es nicht schaffe mache ich den Mabasa natürlich für euch! Kein einzigen Menschen darfst du drüben Marvin! Komm schon! Ich bin gerade richtig krebsig an die Rampe angefahren! Und jetzt fahr richtig an hier! Mach keinen Scheiß! Ja so ist gut! Das sieht gut aus! Ja! Oh! Schön weit oben! Ja das sieht sehr gut aus! Oh! Rein mit mir! Was? Ich dachte schon ich hab's nicht hinbekommen! Das war echt mies! Oh mein Gott! Jetzt haben wir wieviel? Zwölf Minuten? Ich glaube was ganz ganz kleines würde noch gehen! Machen wir was ganz ganz kleines noch! So die dritte Map ist am Start! Wir haben wieder eine Map! Die sich gewaschen hat! Und zwar eine Wall-Ride Flippidi-Flop! Ande Map! Wichtig gut! Ist das ne Flippidi-Flop Map? Ich wollte auf jeden Fall! Wir haben ja so ne Glitch Map genommen! Und das jetzt auch wieder ne Glitch Map! Das heißt! Erste und letzte! Thema getreu! Machen wir jetzt so ne kleine Map! Und ich seh' nicht! Ich dachte wie man unter die Map kommt ne! Please Deko! Nett Vorteil! Ich starte nicht gut! Nett! Nett! Nett, dass ich so starte! Ah lol, neben es ihr nach hinten! Achso lol! Nein! Nein! Achso, da verkack ich schon! Und? Ich hab' einfach kein Looping! Ich hoff' ich krieg's hin! Die wenigstens! Lol! Lol! Wie lange? Wow! Was?! Was zum Fuck?! Er ist doch wieder so klar ne! Echt? Es war wieder so! Ja man! Nein! Oh warum?! Weil Cap angefangen hat der Dreckige! Weil Marvin angefangen hat! Ey und schon wieder! Ey! Ey! Wollen wir nicht mal einmal nochmal zocken mit euch?! Ey! Kev ne! Was denn? Ich bin der der Letzter ist! Ich darf das! Ja! Ist auf der erste Jahr gefangen hat zu schießen! Haben wir nicht vor paar Folgen auf die Regel gemacht und heute ist er schon wieder hier im Albernmodus! Albernmodus! Ich fahr' jetzt die ganze Zeit mit kaputten Reifen! Ich auch! Nuss' eh nichts! Dich die Reifen neu zu machen mit Kev irgendwo hinterher müssen! Ich hab' keine Reifen gekippt! Oh hier drehen wir ne Runde! Aber gut zu wissen, dass wenn man ne Runde... Hauptsache ich hab' schon keine Reifen mehr zu schießen mit trotzdem! Du hättest jetzt das Kriegsball begraben können! Haben wir das den Punkt nicht? Lol! Lol! Ey! Ich hab' nicht noch mehr vorwärts alter! Ja man! Wenigstens gewinne ich auch mal ne Runde! Wuuu! Buh 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 buh! Endlich mal! Ich wusste schon gar nicht mehr wie es jetzt anfühlt zu gewinnen! Ist geil ne? Das Gefühl ist wieder da! Es ist wieder da und der Deko ist leider erblatt! Das gefällt mir! Das ist die alte Schule! Ey Deko ich hab' doch sogar Kev für dich einmal umgebracht! Ich war vorne! Ey ja da hat er aber auch schon umgekommen! Ah ok! Das ist die alte Schule also das hat mir auf jeden Fall gefallen Leute! Das waren 3 richtige Zuckermaps! Wenn ihr die ausspielen wollt schaut bei den Losers vorbei! Link in der Beschreibung! Ansonsten definitiv ein Däumchen nach oben! Leute bleibt geil! Wir sind uns beim nächsten Mal! Macht's gut! Bis dann! Ciao! 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 Ciao!